Komm ich nehme mir jetzt einfach mal diese Runde hier auf und dann mal gucken wie schnell wir den platt kriegen Ich nehme die auch mal auf Was juckst? Wart mal Aua Ich nehme auf jeden Fall hier die Omni-Steine mit Hm Da hat ihn Ich habe gerade eine Devil schon reingejumped Jaja Das klappt mal alles öffnen dann wird man ganz kurz Ich muss doch Robi nicht mal alles öffnen und mal die Musik klarer machen Lass ich mal öffnen und mal die Musik klarer machen Lass ich mal öffnen Lass ich mal öffnen Okay Okay Du kannst bestimmt noch gleich den Leuchtfeuer äh Laden machen ne Oh da auch Ich stelle mich gerade wie der letzte Nab an ey Wirklich? Ja Kannst du nicht sehen Alles Gute von von oben Was schon Ich Ich predictions 2 2 Warte 2 3 3 3 3 Übersexy war es schon wieder. Oh, ich war ein Emberman. Das hat man jetzt nicht gesehen. Aua. Wundern. Hallo. Na, ganz doll. Verdammt. Na, ich nehme die nächste Runde auf. Irgendwie will, gerade ob er ist. Ich habe ja die Runde hier. Ja. Ah, meine Axt funktioniert wieder. Wie gesagt, es lag da. Oh, da kam er aus dem Wald. Na ja. Die Sache ist hier, das lag mit Garantie an dem einen, der hatte ne Scheiß-Internet. Wirklich. Oh, der muss natürlich wieder auf mich gehen, ne? Kleiner... Ich habe eigentlich Patrouille so gemacht, damit ich meine Axt, die ich mir quarsten wollte, verbessern kann. War schon weg. War schon weg. War schon weg. War schon weg. Bar schon weg. Aber haben zu ver evaluated. Was geht André? War schon weg! ist das teil von dem hingeflogen scheißegal scheißegal ich könnte ihn locken jawohl drauf da baby drauf da schön sehr schön sogar da wieder mit dem sprung nach vorne ja 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 definitiv definitiv zu leicht S plus jawohl ich habe 23 brandkugeln ich habe einiges bekommen ich habe 10 brandkugeln bekommen ja ich habe 23 ne ich habe sogar 26 ich habe nochmal Patrouillen Belohnungskiste als Bonus ja 10 stück ja und dann 16 kugeln und so ja ich habe 13 kugeln ja ich habe 13 kugeln so easy ja 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 jetz da ist ein Pilz ne nimm auf das Ding für dich das bei Pilze oder so auch nicht so ist dass man uns warten muss ich habe ich frage mich generell warum man hier bei bei den Sachen auch von warten muss Ich habe ihn gefunden. Komm drauf da. Na dann. Hallo. Hatte ich auf jeden Fall wahrgenommen. Oh. Ist das der Heroische? Nein, ich kann auch keinen Heroischen machen. Leider. Wir befriedigen das ist, dass es wieder so smooth von der Hand geht. Boah. Alter, wer uns da ein Scheiß-Buddy-Slam, ne? Ich würde gerne mal diese Granate hier testen. Ja, mal drauf drücken und dann kommt so... Achso. Das ist... Irgendwie zu gut. Ich hab's. Die sind immer noch genauso kacke zu werfen wie... Ja, die sind wirklich scheiße. Die sind die richtigen Granaten. Ich hab gedacht, die hätten mittlerweile irgendwas daran geändert. Nein, daran absolut nein. Die sind scheiße. Ja, ich hab davon auch noch fünf Stück oder sowas. Die sind jetzt doch ein, zwei Mal am Türen. Ja. Weil dieses verzögerte Werfen, alter... Oder generell das von... Der... 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 Der wirr... Du wirrst dir ja nicht mal. Du warnest einfach drauf, dass der aktiviert wird. Ja, aber... Du kannst dieses... Weißt du, das ist so... Dieses voll verzögerte Timing... Was eigentlich nur dazu führt... Das... Das Teil gar nicht da landet, wo es soll. Ja. Eben. Da ist es schon lange wieder weg. Du, bei Valumi bliebst vielleicht. Weil da so lange wieder weg geht. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber bei solchen Fliechern nicht, dass die viele Sekunden bewegt. Hab ich einen Luck, Alter. Ja. Hab ich auch. Wir müssen denn auf jeden Fall zuerst den Schwanz abhauen. Ja. Der Schwanz ist ja die größte Waffe. Nice. Wahrscheinlich geht der auch nicht... Ja. Du musst mal alle Sachen ausprobieren. Ja. Ja. Ich glaub jetzt müssen wir es nicht so machen. Ja. 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 Nice. Auf dem Schwanz. Wunderbar. Alter. Ja. 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 Jawoll. Und abbaue das Teil. Jawoll. Er ist noch nicht ganz ab. Man kann auch eine Scheibe abschneiden. Glaube ich. Wie schnell ich bin. Warum? Der könnte aber vorher sterben. Vor allem noch ein Stück Schwanz abzuschneiden. Alter, was ein brilianter Schuss. Ist weg. Hab ihn. Einen wunderschönen Hallo. Wollt ihr kommen? Nö. Ich mach lieber Urlaub, weißt du? Das find ich jetzt ziemlich dreist von dir. Ja, ich auch. Ja, mein Axt, nein. Vielleicht wieder wahr. Ah, dann discht der wieder. Ja. Was, ein eleganter Schuss. Kennst du meine Skills an? Ich? Ja. Hast du das, wenn ich nein sagen? Dann, dann, dann geht, das sind alte vier. Dann sag ich nein. Nein. Alles klar, ich mach dich mal so gut. Obwohl es wär, wär, ich brauch das ja. Ja, genau. Scheiße. Ich hab's glaub ich nicht ganz durchdacht. Du bist ein alter Fischduch. Ich hab seinen Schwanz gepfiffst. Du weißt, was extremst feinlich wäre, wenn wir jetzt wegen uns sterben. Töneici einfach herz. Was sagst du jetzt? Jetzt ist es tot. Ich geb mir nur deine Haus. Nimm Victor. Ich geh jetzt an. komm lass mich nicht reiten willst du den reiten? ja das muss gehen ich weiß schon was du darfst jetzt den H treiben habe ich das Gefühl nein denk doch nicht immer so und das war's ja Junge Freund hör auf weißt du wenn ihr gerade den Waves geht sich zack erstmal platt gehauen hier doch nirg zack zack easy boah alter verkohlte schwanzplatte verkohlte braunen genau das was ich brauche habe ich bekommen das ist perfekt ja genau die brauche ich zweimal ich habe mehr als genug bekommen geil was für eine Urne? es gibt so eine Urne da kannst du Power anfangs drücken und dann kommt so eine Staub der in die Richtung führt wo der Gegner ist außerhalb der in der Regel gar nicht das braucht man gar nicht jeder geht in die andere Richtung einer fühlt sich und das ist nur ein Fackel glaub ich jetzt das nächste mal wenn wir etwas machen dies wäre anders ja mach mich einfach wieder Leiter ich glaub glaub ich die beste Leiter von uns ich glaub an uns wollte ich grad sagen ich hab nämlich äh irgendwie will ich den gar nicht finden als erster ne du wartest auch bis du ihn angreift am besten denk ich ich glaub sie nicht immer so ein Hektar ja du bist absolut kein Teamplayer Teamplayer weißt du das? bin ich auch irgendwie ja du bist einfach nur drauf da und hoffen dass er verrecht jane ist einfach das eigene Mann ich mach's einfach oh lol guck mal in den Himmel Rocket Beans Power ach heils Maul ja ich hab die Rocket Beats gut jetzt haben wir keinen Hammer aber egal gut jetzt haben wir keinen Hammer aber egal schau jetzt dann es ist einfach nur Edie es ist einfach nur Edie aber? WTF? ja er landet ich bin direkt auf dem Trauflauf bei ihm ich geh jetzt nicht zu fern guck da sind die einzigen Sachen die ich in der Fernbahn machen also noch Renni die würdest du mit deiner Pusse ziehen ach alter der wer war das denn? wer war das denn? ich sollte die benutzen das ist so eine Quest ach so muss das Ding in? oh F**k Aua nochmal entweder entweder du hörst da gar nicht so tanke ich hab die getargetet getargetet jungen 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 lecker oh Gott er ist das jetzt bei mir mit rein jetzt steh heute schneiden wir gehen weiteriment lass dennes Director angreifen HÄ LOL frag mich nicht Ich frag mich nicht. Ich bin einfach durchgerannt. Ich stand einen Kilometer von dem Weg und auf einmal kommt ein Lichtblitz und der haut mich da rum. Und ich bin einfach durch die Kugel durchgelaufen. Also stark einfach nicht. Kann sein, dass die Lobby wieder ein bisschen leckt. Du hast mal ganz kurz die Steine wieder an der Seite gemacht. Ich hab schon wieder meine Rüstung nicht angezogen. Ich bin so ein Dünne. Ja, merkt man. Ich vergesse es einfach immer. Aber es ist so schlimm. So hab ich da auch immer geschafft. Und jetzt ist auch noch mal meine Gespräche vorbei. Okay. Du bist dort auch keine Stolz, ne? Ja. Ich hör grad, dass ich so lange gekriegt habe. Das ist voll über gegen den Kugel, aber... Ja. Ich mein dich ja. Oder in 5. Ich target die Biene. Abil. Was? Achtung, weg, 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 nicht von deinem Schild. Ich stand genau am Rand. Egal. Aua. Ja, ich tatsche mal eine Kugel weg, weil wenn ich eine Kugel weg habe, dann treffen ich die anderen eigentlich nicht. Keksi drauf, Dennis, ich glaube das ist für dich, oder? Dieses Ziel. Dennis? Hm? Da war gerade eben so ein Ziel mit dir aufpassen. Ja, genau, wenn ich das mache, dann hab ich den Bonusschaden auf das Objekt, was ich anvisiere. Ja, dann hast du eben ein bisschen zu organisiert. Das war aber gut zu wissen. Erstmal kurz weg bleiben. Versuch eigentlich möglichst den Kopf zu treffen, aber manchmal fängt er trotzdem was anderes an. Ja, der war halt rechts am Hals. Ja, der war halt rechts am Hals. Aua. Der haut auch noch mal bestimmt gleich ab, oder? Ja, tut das. Und dann musst du im Himmel gucken, er ist gefrüchtert im Himmel gucken, wo dieser Strahl auftaucht. Aber da siehst du immer, wo der hin ist. Weiß ich nicht. Da vorne. Aber ich glaube links war es. Ne, hier vorne. Folgt mir. Warte ich. In Richtung BSC habe ich es gehört. Kabin? Ja. Ja. Der ist ja so weit abgehauen. Ja. Nee. Eher weniger. Ich hab mir erst mal Brunnen gegönnt. Wo ist der hin? Oh, der Leid. Oh, Killspeens. Power. Oh, f**k. Die Laser hat ihn jetzt mal wieder. Haha. Ah, du bist. Lackt. Dreckt. Läu. Läu. Ich hab mal nackt geworfen. Ich hab mal nackt geworfen. Ich hab mal nackt geworfen. Ah, jetzt hat er das Ding runtergekleidet. Hab ihn. Nice. Ah, da hinten. Au, alter. Junge, noch mehr Laser kann man gar nicht gebrauchen. Hab ihn. Hab irgendwas abgeschlagen. Ich weiß grad nicht was. Ich seh's auch nicht. Der ist wieder vereist. Ah, hier vorne. Hier vorne ist ein Alten. Dennis. Ackstein. Ne, herz. Super. Oder. Ich will abhauen, nur der haut mich ab, alter. Ja, ist klar. Ja. 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 Ich hole ihn. Ich hole ihn. Ich hab ne Spritze dafür geopfert. Egal. Ich hab ihm aber auch schon eine geopfert. Wollt ihr nochmal das? Ja. Da vorne. Ja. 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 Wofür eigentlich? Wofür? Ja. Ich hab mich gerade gehealt und er hat mich markiert. Oh fuck. Stunt. Weg da, weg da, weg da. Da ging das nächste Teil flöten. Oh. Vorn ist up. Es ist bald ein Jahr. Keine Ahnung. Hat er sich schon wieder einmal? Ja. Drei Stück Park. Drei Stück Park. Drei Stück Park. Drei Stück Park. Oh ich könnte ihn von mir nur einmal... Er ist... Wenn ich schaffe an den Kopf zu kommen. Ab ihn. Nice. Nice. Nice! Wir haben aber einige. Stimmt. Nice.